UNTERTITELUNG Die Welt will ich machen. Diese Welt habe ich richtig geliebt. Okay, warte mal. Steuerung wird da klarkommen. Okay, ich bin hier. So, das ist der Black Mage. Fuck, auf mal. Die Teleportation. Okay, ähm, also das... Verdammt, ich will das haben. Verdammt, verdammt. Wer von denn da ist eingesetzt? Oh nein. Nein, nein, nein. Der Black Mage ist scheiße. Wenn er das einmal... Fick, ich bleib hier unten. Okay, der Black Mage hat Pikachu gestoppt und er macht die Flayer auf ihn. Ja. Hä? Warum bin ich tot? Du verdammter, boah. Du elender Hund. So. Ganz ruhig. Warte mal. Man konnte mit ihm... Warte, okay. Irgendwie hab ich kein... Du Hund. Warte, ich will das haben. Nein. Perfekt. Fickt euch alle. Fickt euch alle einfach. Jetzt kommen meine Tiere. Kann ich die steuern? Ich kann die bisschen steuern. Aber jetzt komme ich. Hey. So muss das sein. Jetzt fickt die einfach alle. Komm. In your faces. Okay, ich bin wieder da. Ach mein Gott, okay. Oh nein. Pikachu, was hast du gemacht? Ey. Ich hab ein ungutes Gefühl. Wo ist der Spasti? Wo ist Pikachu? Was hat der gerade zu Teufel bei mir ge... Okay. Irgendwie spielt nicht. Stell ich mir wieder das nächste Noob... Ach. Noob. Äh. Noob wieder an. Mein Gott. Wo ist Pikachu? Verdammte Scheiße nochmal. Pikachu? Hier. Geh weg mit dem komischen Tritten hier. Okay. Ich such den armen Pikachu mal. Pikachu? Ey, wo ist Pikachu? Komm her. So. Ach so. Okay, der ist weg. Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann wie solche Attacken, hallo? Also heute werden so mindestens zwei Parts, also nachdem noch zwei Parts kommen, mit, äh... Super Smash Flash und... Danach, äh... Ist auch das Projekt auch für mich so beendet. Also da gibt es mir... Ah, okay. Ich hab' ich Gift gemacht. Nein, hat er Gift bei mir gemacht. Also das ist das Projekt... Wo zum Teufel ist jetzt Pikachu? Und wieso gibt's keinen, äh... Smash Ball mehr? Was hat er grad gemacht? Wo ist Pikachu? Ist er jetzt am Wack oder was ist das? Ja, okay. Also, äh... Es werden noch insgesamt zwei Parts kommen von diesem Spiel. Und danach, äh... Werde ich noch ein anderes Projekt aus starten jetzt. Neben Golden Sun, weil ich bemerkt habe, ich hab' jetzt Zeit. Abitur und Klausuren sind fertig, yeah. Und, ja. Ähm... Ich muss... E... V... Mein Gott. Kannst du die einfach nicht umbringen oder so? Okay, mein Gott. Ey, unendliche Schleife oder was? Ja, okay. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich hab' mich anders entschieden. Ja, das wird der letzte Part für heute sein. Also, allgemein für dieses Projekt. Wenn ihr mehrere Parts sehen wollt, sagt Bescheid. Dann werde ich noch ein paar Mal hier... Kämpfe machen, wenn ihr wollt. Okay, wen soll ich nehmen? Wen soll ich nehmen? Ich bringe wieder Bock auf Sora. Oh, na, oh, oh. Ah, so Goku ist einfach heftig. Ich zeig' ihn jetzt mal. Weil ich einmal... ... ihn ja ein bisschen erfällig gezeigt habe. ... in... ... Whackamonda. Leech lässt büßen. Perfekt. Fuck, auf. Ah, was? Kaioken! Ey, komm, komm! Das krieg' ich! Verdammt! Oh, nein. Ich bleib' oben. Hat er sich transformiert? Ey, noch mal aufladen. Ich warte so eiskalt, bis die zu mir kommen. Oder Pikachu gab mich noch davor an. Ich bin's. Perfekt. Hahahaha. Mein Gott. Ich f*** irgendwie jeden von denen. Ach, kacke. Warte, wer von denen hat den? Hey, wieso holt sich da keiner? Hallo, pisst euch doch. Was ist das so ein Teufel? Fuck. Auf, man. Ist das ein Sheet oder was macht... Wieso kann man eh nicht treffen, hallo? Was ist das so ein Teufel? Ich glaube, das ist gerade ein Bug, oder? Mein Gott. Nein. Oh, nein, Mann. Okay, Megaman ist am Arsch. Oder er f***t ihn auf. Das könnte auch noch passieren. Aber Fox wird eher gewinnen. Hoffe ich jetzt mal. Komm, komm, komm. Okay, Fox hat verloren. Sag ich ja. Dieses Game-Winner ist... Megaman. Fuck off, man. Okay, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten, den ich jetzt starten werde. Und dann sehen wir... weiter mal. Also, wenn ihr mehrere Parts sehen wollt, sagt Bescheid, dann werde ich mal ein paar Mal... also ein paar Aufnahmen machen vom Spiel. Wo ich noch ein bisschen kämpfe. Und ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.